ARD Text im Auftrag von Funk Oh yes! Oh yeah! Battlefield Heroes! Die 10. Folge! Ah, Fahrzeugfotos! Ach, du nimmst schon auf? Ja, du und ja. Ich schlafe ja irgendwelche Scheiße. Ja, das ist ja richtig so. Das sind für ein Let's Play. Oh nein, ein Panzer. Was für Panzer? Wo bist denn du? Ich bin jetzt hier bei der unteren Flagge. Brutzler, Brutzler, Brutzler. Kennst du das? Was? Das ist das Brutzler. Keine Ahnung. Das ist gelappt mit dieser Bullen. Ach so. Die verarsche bei YouTube. Oh, Alter, gehöber. Nein, Brutzler, 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 braun. Strahl, Brutzler, Brutzler, braun. Brutzler, Brutzler, Wiesenhof. Ich glaub, wie bist du hier geflogen? Genau, ich bin auf. Ach, der Denknoob sei wieder. Der Denknoob sei wieder an. Ja, ich hab hier jetzt schon wieder drei Panzer zerstört. Da reagiert er gar nicht. Da reagiert er. Und der erste Kill, jawoll. Und das Kaffee-Dippel erstmal rausholen. Oh, yeah. Ich mach eigentlich unser Haus. Oh, das ist schwul. Ey, willst du abkacken oder was? Bin ich ganz deiner Meinung. Ich hab schon wieder Sex erwischt. Jawoll. Lauf, Schlampe. Lauf. W-wag kriegst mich hier. Was bist du, du Kunde? Ach, dort oben bist du. Mein Rationalen. Irgendjemand schießt ja auf mich. Oh Mann, kack doch ab, ey. Du kannst nichts. Scheiße, ich bin tot. Gottverdammter Standardnoob, ey. Hast du mal wieder ein göttliches- Oh, wieder, äh, Denknoob, ey. Da hockt er sich hier. Ein Vollhunky, ey. Vollhunky. Ich muss mich, ich muss mich very heilen. Very heilen. Ich brauche nötig ein Fahrzeug. Oh, ja. Na, tut ja gar nicht dort lang. Ich baller denn voll in deine Ricken. Da läuft einfach weiter. Oh, ey, wo kriegt man die Minecraft-T-Shirts, ha? Die gibt's nimmer. Das war nur bloß mit so ein Angebot, oder was? Ja. Wie will denn der hin? Hier bleiben. Ich benötige, ich benötige Leben. Da humpelt er hier. Springt er hier und hier, hier und hier und hier. Und denkt er trifft mich. Also da haben manche, da haben manche ein paar Techniken drauf. Das ist wirklich peinlich, peinlich. Das ist halt was. Das klingt wie so Spasti, der Loser. Na, wo ist's los? Dein Maserrammich, der kleine Arsch. Komm. Sind da an der Ferse. Alter, wie Noobs sind denn die? Ich hab schon wieder 13 mal erwischt. Ja, Toni, Toni, das ist gut. Das ist gut. Die müssen Noobs sein. Oh, ja, hallo. Wie freu ich mich nicht über den Hof. Du Trage, teuer. Ja, du kannst gleich mal stehen bleiben. Wir haben die... So, wir sind die schon wieder so weit zurückgedrängt, ey. Anscheinend. Welche Sau schießt die auf mich? Das war ja mal wieder ein Titterler. Jawoll. Du, um kannst du schon wieder entdenken. So, komm hier Panzerfaust raus jetzt. Ja. Oh, 5. Ne, 5 ist scheiße. Ich hab 60. Ja, ich hab nicht getroffen. Du musst auf 6 ziehen. Auf 6. Ich seh ne Nummer. Der ist noch ein Bouncer, obwohl... Und noch total wenig Leben hat, ey. Voll honky. Ne, ö, 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 ö. Oh, jawoll. Da ballert mich blöd von der Seite voll hier, der Wixer. Buh. Randspalte, ey. Oh, ich bin tot. Der duckt er sich. Der duckt er sich noch in der Luft, ey. Na, Hörnchen? Wie geht's jetzt raus? Du kackst. Oh, da ist einer am Stützpunkt. Am Leuchtturm. Interessert. Jo, da fährt einfach wieder durch. Es gibt doch immer wieder... Ah, ich hab... Ja, voll, voll mit'n, voll mit'n Panzerknacker. Hinten eine hängt von deinem Auto. Ist er explodiert, oder was? Ja, da sitzt... Da oben steht ein Panzer. Der war ja... Ach du nicht. Der bewegt sich keinen Millimeter. Hahaha. Das sei denn, sei denn Denkercamper. Panzernub. Denkercamper. Denkercamper. Hahaha. 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 Ach, da oben ist einer. Der will wegrennen. Der will wegrennen. Gott, nein. Denkercamper. Jawoll. Gibt's nur. Ja, geil. Jetzt bin ich hier ganz unten. Ich bin da hier einfach in den Hang reingefahren. Hahaha. Denkercamper, da müssen wir uns mehr halten. Hahaha. Du kippt da Panzer einfach im, ey. Gott ey. Ja, voll. Och. Sieg. Was Sensation. Achso. Denkercamper. 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 Denker. Hinten. 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 Oh, du Schwein war ein bisschen besser als ich, ey. Ich bin hier der Brot des Tages. Ha. Ha. Ich muss erst einmal einen Schluck Kuchen annehmen. Was? Bonus 2. Oh Gott. 62 Valor Points habe ich jetzt gekriegt. Ah, die Kuchen schmeckt voll gut. Ganz schön viel. Noch einmal Küstenknecht. 08. E0 8. 3. �2. 2. 3. 3.